Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge von Red Dead Redemption 2. Das ist die dritte Folge und das ist auch die dritte, die ich nacheinander aufnehme. Heißt, ich habe jetzt drei Folgen nacheinander aufgenommen. Danach mache ich aber eine Pause, ja. Also das ist jetzt die letzte, die ich dann aufnehme. Danach mache ich mal zwei, drei Tage Pause. Danach nehme ich wieder neu auf. Mal gucken, vielleicht mache ich auch länger Pause. Ich habe keine Ahnung, wann ich das nächste Mal Red Dead Redemption spielen werde. Der Kamera-Akku hält nicht mehr lange. Der andere lehrt aber noch ein bisschen, ja. Also wenn die Kamera mal ausgehen sollte zwischendurch, dann nicht wundern. Ich werde den dann, mir wird das schon auffallen, ich werde das dann wechseln. Und ja, dann können wir wieder neu mit dem neuen Akku rein starten. Ja, ich habe mir auch wieder einen neuen Tee geholt, Leute. Ja, also in den ersten zwei Folgen war der Tee ja immer im Start. Habe mir wieder einen neuen geholt. Und ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt angucken, rechts um meinem i verlinkt. Und ansonsten möchte ich nicht lange rumschlagen. Ihr könnt mich natürlich gerne kostenlos abonnieren. Was ich noch gesagt haben möchte, das habe ich bisher immer vergessen zu sagen. Ähm, erstens, ich kann natürlich nicht auf eure Kommentare eingehen. Vielleicht habt ihr das schon drunter geschrieben, was ich jetzt sagen will. Äh, vielleicht standen schon andere Sachen, wichtige Sachen drunter, die ich noch nicht gelesen habe. Darauf kann ich leider noch nicht eingehen. Ab der dritten Folge, wie gesagt, werde ich jetzt dann, ähm, eine kleine Pause machen. Und dann werde ich die Kommentare lesen und dann werde ich das wieder umsetzen zur nächsten Folge, zur vierten Folge. Ähm, ja, aber was ich gesagt haben wollte, ich lasse mich natürlich null spoilern. Ja, also ich habe mir kein einziges Let's Play auf YouTube angeschaut, das es gibt. Und keinem YouTuber habe ich mir bisher irgendein Video zu Red Dead Redemption angeguckt. Außer vielleicht ein Review oder so, aber keine Spoiler, kein Let's Play. Ähm, also ich habe absolut keine Ahnung, was in diesem Spiel abgeht. Äh, jedenfalls weiß ich, dass wir hier letztens diese Typen jetzt dann überfallen haben, ein paar gekillt haben. Und, äh, jetzt looten wir noch ein paar Sachen und wollen uns noch ein bisschen umgucken. Kann böse enden, dass sich hier noch jemand versteckt oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wohin ich gehen muss. Ich war jetzt gerade mal ein bisschen, äh, hatte ich... Kleine, eine kleine Pause hier. Ich habe ein bisschen Tee geholt. Und, äh, ja, ein bisschen gequatscht hier. Keine Ahnung, äh, wohin ich jetzt gehen soll. Irgendwas hat er gesagt vorhin, das weiß ich, dass ich irgendwie links rein, rechts rein gehen sollte. Aber ich habe es jetzt vergessen, wie gesagt. Kam jetzt ein bisschen was dazwischen, eine kleine Pause gemacht. Keine Ahnung, sollte ich hier links ins Gebäude rein? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es ein gelber Bereich ist, schätze ich jetzt mal. Hier nehmen wir ein bisschen Essen mit. Wir haben da noch Whisky da vorne oder so ist das, glaube ich. Kann man bestimmt noch was nehmen. Eine Zigarre, ganz wichtig. Kau, Tabak. Ist das so eine Währung hier, oder was ist denn? Durchsuchen? Oh, wir haben hier eine Kiste sogar. Oh, da ist gar nichts drin. Da habe ich gerade eine Flasche weggetreten. Guck mal, das ist einfach so das, was ich an diesem Spiel so realistisch finde, ja. Das war in GTA nicht so. Da sind die Sachen einfach, die liegen halt da am Boden, aber da passiert nichts. Und hier, wenn du da dagegen läufst, dann trittst du die quasi so weg. Das ist so, das Spiel ist schon so eine kleine Revolution, was die Spielewelt angeht natürlich. Ähm, keine allgemeine Revolution. Habe ich das Spiel jetzt irgendwie verbuggt, oder was soll ich machen? Was soll ich tun? Ja, du suchst hier auch noch irgendwas, ne? Aber ich weiß nicht, was ich suchen soll. Oi. Da ist noch ein anderer Kumpel von mir drin. Durchsuche das Gebäude. Welches? Welches denn? Deine Mom, hier war ich doch drin, oder? Das ist das im gelben Bereich. Aber hier war ich doch drin. Ah, ne, hier. Das war das, was wir gesucht haben. Sprengstoff. Wir haben ihn gefunden. Okay. Das ist perfekt. Oh ja. Interessant. Das ist etwas über den Trainern, den sie zu fahren waren. Aha. Ein Mr. Leviticus Cornwall. Möchtet zurück. Lass uns gehen. Wir zerstören ihre Pläne. Okay. Wir sind hergekommen. Haben alle umgebracht. Haben ein paar Flaschen rumgekickt. Haben die Pläne einfach mal mitgenommen. Bisschen Sprengstoff. Ja, so macht man das halt, ne? Nice. Ich verstehe diesen Modus immer noch nicht, wie ich dem folge. Weil man kann dem doch irgendwie folgen, ohne dass ich irgendwie lenke. Aber er macht's nicht. Ich hab's irgendwie nicht, ich raff's nicht, keine Ahnung. Egal, ich laufe mir einfach so hinterher. Ich will echt, dass es mal aufhört zu schneien, ohne Spaß. Es sieht zwar richtig cool aus, so. Mit diesen Bergen hier und so verschneiden und so. Aber ganz ehrlich, die Welt ist so cool und so groß. Ich will... Ich mag keinen Schnee, Leute. Ich mag keinen Schnee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, leg deinen Zahn zu. Let's go. Dann geben wir Gas. Ähm... Ja, ich bin eher... Ich bin nicht so der Wintertyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Sommer ist schon ganz geil. Frühling ist beste. Winter und Herbst ist nochmal richtig geil. Da vorne ist es wer. Verfolge ihn und fange ihn mit dem Lasso. What the fuck. Okay, wir nehmen das Lasso. Hui, halte er als Zweigedückt, um das Lasso bereit zu machen. Und auf ihn zu zielen. Dücke R2, um es zu werfen. Zack. Haha, und jetzt? Richtig geil. Ich finde sie echt cool. Benutze R2, um das Lasso auszuwählen. Ah. Ah, okay. Ich soll ihn tatsächlich im Lasso lassen. Kreis, um ihn zu fesseln. Ah, okay. Ich dachte, ich soll ihn irgendwie einschüchtern oder so. Aber... Na, okay. Wir nehmen... Plündern ihn erstmal. Und dann... Nehmen wir dich einfach mal mit, ne? Okay, nichts. Einfach... Einfach mal auf die Schulter. Verstauen, Alter. Wir verstauen mal eben diesen Typen. Nice. So. Einfach wieder draufsteigen. Und zurück. Ach, die anderen sind einfach weg. Die anderen sind einfach ins Lager gegangen, okay. Ohi, da passiert doch bestimmt noch was. Reite ich den jetzt echt einfach nur dahin? Mann, ich hätte ja nichts dagegen, dass nichts mehr passiert. Ich hatte ja jetzt schon Schießereien. Und auf dem Pferd bin ich das noch nicht so geübt. Okay, das Pferd kann nicht mehr. Das Pferd kann nicht mehr. Haben wir es noch weit? Boah, es wird Nacht, also ich will schnell heilen. Warum kann das Pferd nicht schneller wahren? Alter, wie weit ist denn das? Okay, wir sind gleich da. Ich dachte schon, ey, das kann nicht sein. Wenn hier tatsächlich nichts mehr passiert, dafür ist der Weg schon ein bisschen weit gewesen. Da das Pferd ja auch zwischendurch dann echt nicht mehr kann. So. Okay, aber wir sind da. Pferd anbinden. Wir machen das natürlich ordnungsgemäß. Pferd anbinden. Hoppla. Komm mit, mein Freund. Naja, wir sind alle nett. So, komm, renn. Das Pferd anbinden. Okay. Okay. Ich bin sehr glücklich hier. Will ich ihn sprechen? Oh nein, jetzt. All we'll get is lies. Uncle! Mr. Williamson! Tie this maggot up some place safe. Wir werden ihn first hungry. Ich habe ein sagen, mein Freund. Wer schützt die Leute? Er braucht schützt. Er schützt die Leute? Er braucht schützt. Er schützt sie. Er braucht schützt. Wir werden wissen, was ihr braucht. Ich kann es nicht glauben. Das sind aber coole Regeln. Die gefallen mir eigentlich. Oh, was auch du sagst, Son. Gut gemacht, Arthur. Ich bin sehr froh, dass wir auf den Köln verloren haben. Oh, es ist genug für das. Jetzt muss ich herausfinden, ob wir diesen trainieren können. Okay. Das wird auch interessant, wenn wir einen Zug überfallen. Sicher cool. Ist er bestanden oder geht es noch weiter? Ich müsste den Akku jetzt mal wechseln. Jo, bestanden. Okay, bevor der jetzt auf mich zukommt und mich irgendwie anlabert, wechsle ich den Kamerakku. Wir sehen uns gleich wieder. Let's go. So schnell geht das Ganze und wir sind wieder am Start. Kommt der jetzt tatsächlich auf mich zu und will der was von mir? Du bist okay, Bill? Dann werden wir diesen trainieren? Es ist so. Aha. Ich habe ihn gefragt, ob er okay ist und er will einfach nur diesen Scheißzug ausrauben. Ist verständlich, weil das macht bestimmt Spaß. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, ob das die beste Antwort war. Irgendwie ja nicht. So. Tschüss Gott. Wir werden hier bis zum Tod zu sterben, Herr Morgan. Wir sind okay. Wir haben ein paar Kante Koffer und einen Rappen. Für was? 10, 12 Menschen? Als ich in der Nafie war. Ich möchte nicht hören, was du in der Nafie warst, Herr Pearson. Wir waren auf dem Meer. 50 Tage. Deine Sprüche so manchmal, ist es auf jeden Fall ganz nett. Wenn die Regierungsagenten dich unterhauen, müssen manchmal die Schwerpunkte kurz geöffnet werden. Wir werden überhauen. Wir haben immer. Und wenn es braucht, können wir dich essen. Du bist der Schmerz. Ich schaute Lenny und Bill hunting und sie haben nichts gefunden. Lenny ist mehr in dem Buch lernen, als hunting. Bill ist ein Fuss. Unless die Rappen sind voll mit einem Spiel, die Sie lernen wollen. Es ist kein Wunder, dass sie genug gefunden haben. Wir gehen und versuchen etwas zu finden. Komm, Arthur. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Du brauchst ein bisschen was da. Assortiert, saliert. Warte. Warte. Komm, lass uns gehen. Du kannst nicht gehen, Herrmann. Schau dir deine Hand. Ich kann nicht hier aufhören. Ich kann nicht hier aufhören. Und du auch. Schau dir das Spiel in den Händen. Ich finde es. Und du kannst es töten. Du musst resten, Charles. Du denkst, dass es ein Rest ist? Komm her. Okay. Wir dürfen jagen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Du nimmst das. Ich kann es nicht nutzen. Und du musst es. Oh, du schaffst. Und ich benutze eine Hand. Und wir schrauben alle Tiere von Meilen. Du bist nicht zu alt, um zu lernen. Ich denke. Okay. Solange ihr dabei ist, mir alles erklärt, bringen wir das auch hin. Gesalzen in der Rhein haben wir ja auch. Da kann ja gar nichts schief gehen. Kann das Pferd eigentlich auch schön. Ich bin gut. Ich bin gut. Außer von dieser Hand. Das ist ein dummer Fehler. Es ist noch nicht schlecht. Es wird gut. Es wird gut in einem Tag oder zwei. Ich kann nicht nur eine Böse jetzt nicht. Ich hoffe, dass ich nicht. Ich kann nicht. Ich habe es nicht wirklich gut. Du wirst gut. Ich bin gut. Du denkst, dass wir etwas zu brennen? Es ist kein Driscoll. Es gibt es hier sicher. Piersen weiß nicht, was er spricht. Jetzt die Luft ist etwas. Es wird ein wenig geholfen. Wir müssen uns das hierher nachdenken. Wir finden etwas höherer Boden. Es ist ein paar Tage, okay. Das fliege nach dem Blankwater. Getting stuck in the storm Going out for John That thing with the old Driscoll's You've had a lot put on you I wish I could have done more I didn't mean it like that Just A lot to think back on I still don't really know what happened on that boat Me neither Well, Javier told me a bit But It sure weren't good Okay The thing with the boat Is of course not clear I don't know what happened Or what was that Was for a boat I don't know Yeah, hopefully We'll see here Irgendwas That we can shoot Hopefully Keine Wölfe Die uns irgendwie Jagen Oder so Ich verstehe das nicht Da gibt es auch mal kurz Szenen Wo man einfach Zuguckt wie die laufen Und dann muss man wieder selber laufen Mit dem Pferd halt zumindest Das sind echt so Szenen Wo die da nicht reden Und das so Für YouTuber Dass die dann reden können Verstehe ich nicht Der Wind hat auch nachgelassen That's good No wind at all is bad But if it's too Strong They won't move Now shh Stay quiet Okay Hey Stop here a second I see something There's deer been here And recently How can you tell How can you not We'll track them on foot You're gonna need the bow Don't leave it on your horse A gun will scare Alter Das vergesse ich jedes Mal Ich lasse meine Sachen einfach immer am Pferd Keine nichts Nein Nicht die Nein Mann Alter Diese Steuerung Das ist zu viel für mich Leute Es ist gleich um neun Abends Und das ist zu viel für mich Solche neuen Sachen Stay low Let's move slow Ja genau Genau das Alle Auge Ja okay Ja Man sieht sie auch so Wenn man hinguckt Na komm Hirsch Ich mach dich kaputt Hier sind ganz viele Spuren Ja aber das sind keine Spuren Das ist einfach nur Schnee Ich bin auf jeden Fall noch der richtigen Spur gefolgt Gehe jetzt dann hier runter Zum Essen Zum Trinken Es ist leicht in der Schnee Aber wenn du dich in deinem Augen Dann kannst du dich in der Schnee auch in den Gras und in den Wäldern Äh, versteh ich schon wieder nicht. Da ist was. Ja, da ist er. Und bumm. Wo ist denn der andere? Den seh ich gar nicht. Ja, die gehen noch ein, Hirsch. Wo ist denn der her? Hä? Bist du da, Hirsch? Was machst du? Wo bist du? Oh, ich seh dich nicht. Ist der Typ immer noch hinter mir? Ja, okay. Er hat so eine Scheiß, wo ist der? Da so gut, ist noch ein Punkt. Hallo? Mr. Hirsch, wo haben sie ihren anderen Hirsch gelassen? Na ja, ich soll einfach der vierte weiter folgen, ne? Wäre vielleicht so eine Idee. Ich dachte jetzt, der hält sich komplett in der Nähe auf, aber scheinbar nicht. Wir sollen halt einfach zwei schießen, weil hier zwei waren. Warum auch immer man das erkennt. Ah, da ist er. So ruft man die noch nicht, oder? Dachte ich mir auch, dass es voll dumm ist. Aber ich hab's trotzdem gemacht. Stand da, Leute. Man muss es mal ausprobieren. Habe ich mir eigentlich fast gedacht, dass das ein bisschen dumm ist. Soll ich jetzt weiter der Fährte folgen? Die wieder irgendwie komplett zurückführt. Ne, da hinten sind sie. Da hinten sind die Typen wieder. Diesmal rufe ich sie vielleicht nicht. Meinst du, wir treffen von hier? Keine Ahnung, ich versuch's. Er ist nicht tot. Okay, das war jetzt nur so... Sei vorsichtig, sonst versteckst du sie alle. Ja, ich merk schon. Okay, pass auf, wir machen das jetzt richtig smart. Ich seh ihn ja noch, da hinten. Was willst du von mir? Die sind doch da hinten, alle. Achso, du willst, dass ich hier durchs Wasser gehe. Ja, komm. Kann ich auch da drüben machen. Nimmt mich die Strömung mit? Ist das Spiel so realistisch? Hm, es ist schwieriger, durchs Wasser zu gehen, aber die Strömung reißt mich nicht komplett mit. Okay. Ähm. Wir gehen einfach näher ran. Wir waren gar zu weit weg. Ich hab's einfach mal probiert. Man weiß ja nie. Aber das Spiel ist ja ultra realistisch. Und, ähm. Ja, ich mein, es war... Es war zu weit weg. Man sieht hier, ich hab ihn getroffen. Er blutet. Oder hat geblutet. Blutet immer noch, bestimmt. Aber... Der ist natürlich... ...nicht genug. Wo sind die hin? Da ist er, ne? Ja, okay. Da sind zwei... Da waren es nicht drei. Normal sind wir doch jetzt genau genug. Rufen. Ich ruf sie ganz sicher nicht. Was? Sollen wir noch einschießen? Oder reicht das? Ach, der ist gar nicht tot. Äh, wen willst du verarschen, alter? Woher kann ich das denn riechen? Äh, tödlich ist der. Da hinten. Der ist nur ein Stück noch gelaufen. Was soll ich denn jetzt tun? Folge der Fährte weiter. Ah, fuck off. Okay. Ich hab zwar schon drei getötet jetzt, aber... ...ist ja egal. Komm her. Okay. I'll go grab the other one. Da nehm ich dich. Wir haben... ...einfach schon drei getötet, aber... ...ist ja egal. Dann auf zu den Pferden. Natürlich jetzt nicht so smart gemacht, aber... ...wie gesagt, Leute, ich muss mich ein bisschen an das Spiel gewöhnen... ...an die Steuerung gewöhnen, an alles gewöhnen. Also... Äh, ich sag das immer... ...öfter jetzt, aber... ...ir müsst mich dafür jetzt nicht kritisieren. Es, äh... ...geht halt manchmal einfach nicht. So, wir müssen jetzt irgendwas... ...futtern. Zack. Die Dose einfach hinschmeißen, da kann ja nichts. So, wir können eigentlich... ...noch mal was essen. Hier, gesalzen in der Reine. Oh, so ist geil. Und dann können wir wieder ein bisschen... ...rennen. Ah... ...ah... ...da kommt's. Okay, wir können nach dem Pferd rufen. Hab ich, ähm... ...ähm... ...au nicht gedacht, beziehungsweise nicht gelesen... ...wenn das schon länger da stand. Sorry. Aber wie gesagt... ...ich geb mein Bestes... ...und das wird immer besser... ...und wenn ich mich an die Steuerung gewöhne... ...und mit dem Spiel vertraut bin... ...dann sowieso... ...wie gesagt... ...wenn ich jetzt nur ein bisschen reinfinden muss... ...und keine Ahnung hab, was, wie, wo abgeht. Ähm... ...ich denke mal so ein bisschen, das ist so ähnlich wie GTA. Aber es ist nicht immer so ähnlich wie GTA. Von daher... ...ja. Okay, leiten wir zurück. Let's go. Du kannst es bei Pearson abgeben... ...um deine Vorräte bei den Banden beizutragen. Okay. Heißt, ich kann das machen, muss es aber nicht. Ist so eine Nebenaktivität. Quasi. Okay. Ja, aber ich denke, man hat ja auch davon was, ne... ...wenn man da... ...vor allem... ...also wenn man natürlich was für die Bande tut... ...hat man davon was... ...dass die dann, äh... ...ja, auch einen für... ...für einen selbst was dann tun. Aber... ...ich geh jetzt auch mal davon aus, dass man das dann... ...essen kann. You're probably right. And even if we do get off here... ...what that? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie to lie to... ...Dutch and Jose will have a plan. Ja... Oh, ich fäng dir wieder anzupäten am Tag. ...Piersten hat eine Bande in seiner Hand... ...seher seitdem wir nach Blackwater... ...den wir den Camp Cook 5 Minuten... ...dass uns die Essenthalen und gehen... ...und er hat nicht sogar eine Kremme von Essen. Gut, dass wir mehr als eine. Wir sind hier nur ein paar Tage... ...und haben wir schon zwei mehr Mauten... ...zuregen. Eine mehr. Das habe ich doch gar gegessen. Wollte ich unbedingt machen. Und was so aus Spaß. Diese ganzen Gelabereien, ey. Oh, da ist ein Bär, oder? Hat er uns schon gesehen? Er fährt anbinden. Steige auf den Pferd, ja. Ich dachte schon. Äh, was macht er denn? Ich dachte, wir sollen aus dem Weg, ihm aus dem Weg gehen. Oder ist er jetzt weg? Ah, er ist scheinbar weg. Ah, da ist er. Da vorne ist er. Alles gut, Pferd. Wie auch wenn du heißt. Wow. Junge, mein Pferd geht richtig steil. Äh, ihr könnt gerne eine Vorschläge für Namen reinschreiben für das Pferd. Ich würde dem gerne einen Namen geben. Du könntest immer bedurigen, das ist wohl cool. Einfach einmal mal draufhauen. Richtig geil. So bedrückt man ein Pferd. Einfach zweimal draufklopfen. Nice. Mann ey, wann sind wir denn endlich daheim? Alter, die labern so viel. Und jetzt im Moment interessiert mich das Zeug gerade nicht, weil ich will heim und ich will die Folge beenden, weil ich habe noch andere Sachen zu tun und es ist schon um neun. Ich muss für morgen noch F1 schneiden, das kam für euch schon vor ein paar Tagen, aber für mich ist es morgen. Dann muss ich eigentlich noch ein bisschen FIFA spielen für Division Rivals. Aua. Hallo. Wohin willst du denn? Ja, auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen was zu tun. Und, äh, wir reiten jetzt ungefähr 5 Stunden durch die Prälie. Hier erfrieren sogar die Hirsche. Wenn es auch, wenn es nicht so hässlich schneiden würde die ganze Zeit. Ich mag echt kein Schnee, Leute. Ey, das Pferd ist super. Oh, da sind wir. Oh. Wir sind da. Endlich. Mann, dräng mich doch nicht ab. Piss dich. So. Pferd anbinden, dem anderen Typen hier die Hirsche bringen. Muss ich sagen, mega cool. Mega cool, mega realistisch. Well, 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 well. Well, well, well. Just drop it down, Paul. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to a voyage. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now, shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Maybe rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it does. Well, it seems to have done a treat on you. Go rest your hand, Charles. I'll be fine in a few days. Do you mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get the skinning you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. Gut. You skinned that one that you dumped on the floor there. Häuten? Ich muss noch was machen? Dachte, ich bin jetzt... Bin jetzt raus. Ich möchte noch häuten, alter. Alter, what the fuck. Warum geht das in diesem Spiel? Hehehe. Huh. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. Yeah, we said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgans first decent bit of hunting. After all these years. Yeah. Well, run, run now. Everyone's gotta do their a bit to survive. Just make a good stew. Don't need it. It's been a tough few days. Okay. Das sollte es jetzt aber gewesen sein. Wenige Tage später. Das war's immer noch nicht. Alter. What the fuck. Die Folge wird lang. Dutch being Dutch, he is busy making plans and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Geht da jetzt eine Mission los? Kann ich das irgendwie beenden? Du kannst deinen Fortschritt momentan nicht speichern. Wen willst du eigentlich komplett verarschen? Okay. Egal. Wir wollen jetzt keine neue Mission mehr starten. Ich hoffe, dass wir dann trotzdem hier nicht nochmal jagen müssen beim nächsten Mal, weil sonst muss ich das irgendwie offline anmachen. Ja, ähm, gut. Das war's jetzt von dem etwas längeren Part. Äh, egal. Äh, macht ja nichts. Wir sehen uns beim nächsten Part auch rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.